Herrlich. Hallo Köln! Wir sind hier in Köln. Und wisst ihr, wer heute da ist? Unser damaliger Tonmann, der Laso. Sofort wieder! Schön, dass du da bist! Ja, sehr gerne! So, erst mal ein Bier! Kölsch, 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 Kaffee. Wir sind hier in Köln. Da trinkt man entweder Kölsch oder Kaffee. Und das Wetter ist der Knaller, wie man sehen kann. Wir haben Sonnenbrillen auf, haben wir zwar immer, aber ist egal. Prost, Dario, Mann! Prost, Prost! So, Freunde, wir sind hier in Köln. Heute im Elshof. Und es ist super früh. Also es sind jetzt 3 Uhr. 10 Uhr morgens. So, auf jeden Fall noch sehr früh. Und es sind tatsächlich echt schon Leute vor der Tür. Wir gehen dir jetzt mal interviewen, warum die so früh da sind. Komm, wir gucken mal. So. Also die Party ist schon mal gut. Und das auf die Uhrzeit. Ich soll mal empfangen hier. Sehr gut. Ich wollte mal fragen, warum wir so früh schon da sind. Weil wir es können. Weil wir es können. Sehr schön. Marco, wie gefällt es dir bisher? Geil. Die Heldmaschine ist saufett. Aber heute ist sie fetter. Versteht ihr? Fetter. Ich weiß noch, wie es geht. Ich weiß noch, wie es geht. Jetzt noch? Nein. Hier, Marco. Marco, guck mal. Marco, guck mal. Mach mal. Mach mal. Aber... Ist klar. Hast du Bock? Ich hab Bock. Ich hab Wasser. Besser wird es mich heute. Hast du Bock? Ja klar, ich bock, Dirk. Du auch? Ja, total. Ich hab sowas von Bock. Heute ist der dritte Tag. Und es ist klar, mit dem dritten Tag ist man drin. In der Tour. Hallo. 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 Ich will dich als Teil von schwarzem Menschen her. Bleib unser Da sein Seelen leer. Wir brauchen es so sehr. Wenn ein Lied im armen Sturm sein Ende sucht Schlägt eure Welle in die Wucht Danke für die Sucht Danke für die Sucht Danke für die Sucht